Hallo liebe Zuschauer des Richtige Wahlkanals. In diesem Video werde ich über das Bosch KSV-29 VW-EP Kühlschrank sprechen. Kennen Sie dieses Modell? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video, was Sie davon halten. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Fangen wir an. Die LED-Beleuchtung stellt Ihre Lebensmittel immer ins Rampenlicht. Die ebenso energieeffiziente wie langlebige LED-Beleuchtung erhält den kompletten Innenraum des Kühlschranks. Durch die Position der Lampen ist eine Ausleuchtung auch bei voller Beladung gewährleistet und erlaubt immer einen guten Überblick. Die Lampen haben eine lange Lebensdauer. Leichter Zugang zum Inhalt Ihres Kühlschranks. Bei einem gut gefüllten Kühlschrank ist es gar nicht so einfach, Dinge weiter hinten zu finden. Darum haben wir den Easy Access Shelf entwickelt. Ziehen Sie die Ablage aus bruchsicherem Glas einfach heraus, um einfach an alle Lebensmittel zu kommen. So finden Sie auch wirklich alle Zutaten, die Sie für Ihre nächste Kochsession brauchen. Schutz bereits gekühlter Lebensmittel durch Superkühlen. Bei aktivierter Superkühlen-Funktion werden frisch eingekaufte Lebensmittel schneller gekühlt. Gleichzeitig wird verhindert, dass bereits gelagerte Lebensmittel sich erwärmen. Die Temperatur wird per Knopfdruck auf minimal 2 Grad gesenkt. Um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern, schaltet die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück. Fresh Sense – Ideales Aufbauwahrungsklima Durch ein optimales Aufbauwahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz. Speiseeis wird z.B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgerätinnenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die Fresh Sense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Die Gemüsekiste hätte einen höheren Griff haben können. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Sehr leise. Super Beleuchtung. Kühlleistung ist sehr gut. Macht einen sehr guten Eindruck. Bietet sehr viel Stauraum. Die einzelnen Elemente lassen sich einfach reinigen. In das Bio-Fresh-Fach mehr als 3 Wochen frisch. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin.